Am gestrigen Mittwoch gab es in der Grundschule Hageloch eine große Einweihungsfeier. Die Schule ist erweitert und umgebaut worden. Jetzt ist sie endlich fertig. Zur großen Feier haben die Schülerinnen und Schüler ein Programm vorbereitet. Auch Oberbürgermeister Boris Palmer und Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch waren mit dabei. Zahlreiche glückliche Gesichter konnte man gestern bei der Einweihungsfeier der Grundschule Hageloch sehen. In den letzten Monaten wurde die Schule grundlegend umgebaut. Eine Maßnahme, die laut Oberbürgermeister Boris Palmer dringend notwendig war. Die Schule ist sprichwörtlich aus allen Nähten geplatzt. Es gab nicht mal ausreichend Klassenräume. Das Rektorat war in Containern untergebracht, keinen Gemeinschaftsraum. Und die notwendigen Flächen für die heutige Pädagogik, für Differenzierung waren auch nicht vorhanden. Wir mussten also die Schule dringend erweitern. Zur Feier des Tages haben die Schüler ein eigenes Programm vorbereitet. Sie übergaben unter anderem bunte Puzzleteile an Palmer und Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch. Auf jedem Teil stand etwas, wofür sie an der neuen Schule dankbar waren. Zum Beispiel bunte Böden und neue Tafeln, Stühle und Tische. Danach war es dann soweit. Die Grundschule Hageloch wurde von allen Beteiligten offiziell eingeweiht. Schulleiterin Judith Peterreit erzählt, was sich durch den Umbau alles verändert hat. Ganz neu angebaut wurden diese beiden Klassenzimmer. Klasse 3 und 4 sind hier momentan drin. Ansonsten wurde fast die komplette Schule umgebaut. Aus einem Klassenzimmer ist die neue Aula entstanden. Aus dem alten Lehrerzimmer ist ein Gruppenraum entstanden. Und aus einem anderen Klassenzimmer ist das Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat entstanden. Es hat sich also einiges getan. Rektorat und Lehrerzimmer sind jetzt im Gebäude integriert und die neuen Klassenzimmer sind groß und modern. Oberbürgermeister Palmer zeigte sich begeistert, aber nicht nur vom Umbau. Mir gefällt es, wenn ich durchlaufe. Es ist eine ansprechende Schule geworden. Aber noch mehr begeistert mich der Schulgeist, was ich hier von den Kindern erlebe, wie engagiert hier gearbeitet wird. Das ist toll und dazu passen die Räume jetzt sicher besser als vorher. Und jetzt zur wichtigsten Frage. Wie gefällt eigentlich denjenigen die Schule, die hier täglich lernen? Ich finde sie gut. Sie ist jetzt auf jeden Fall größer. Man hat mehr Platz zum Spielen. Und die neuen Aulas auch treffen uns morgen und starten immer zusammen schön in den Tag. Die neue Schule ist cool, weil sie schön groß ist. Aber der Nachteil ist halt, dass der Posenhof kleiner ist. Also ich finde sie cool, weil sie größer ist und wir haben schöne Klassenzimmer. Die sind schön eingerichtet und ja, ich finde es einfach toll. Also ich finde die neue Schule echt schön. Der neue Anbau ist echt gut geworden. Und wir haben auch viel mehr Farben bekommen, weil der Boden war ja davor ziemlich grau. In einer so großen und bunten Schule mache das Lernen gleich viel mehr Spaß, erzählen die Schüler. Das zeigt, der Umbau war erfolgreich.